Jo moinit Freunde ich komme zu einem neuen Methoden auf jeden Fall wie ihr schon am Titel lesen könnt werden ich und meine Freundin heute The Floor's Glitter spielen beziehungsweise der Boden des Glitzer ihr fragt euch bestimmt so wo ist meine Freundin ich bin gerade auf dem Weg in die Stadt hol jetzt meine Freundin ab werde ich halt einfach den ganzen Tag wieder mitnehmen und halt das Spiel spielen das Spiel geht so fast wie The Floor's Lava halt bei The Floor's Lava muss man ja irgendwo drauf springen man hat 5 Sekunden Zeit aber The Floor's Glitter wenn ich das sage zum Beispiel an meiner Freundin The Floor's Glitter da muss sie sich vor allen 30 Sekunden auf den Boden legen ich würde sagen seid gespannt ich hole jetzt erstmal meine Freundin ab so Leute auf jeden Fall ich habe jetzt meine Freundin abgeholt was geht ab erstmal was zur Kamera sagen Hallo so Sina bist du bereit das Spiel zu spielen nein eigentlich wollte sie das gar nicht spielen erklären wir so warum das ist total peinlich sich auf den Boden zu legen ihr müsst euch mal so vorstellen als ein Mädchen vor allem auf den Boden legen aber egal wer gewinnt heute ich oder du du ich ich weiß doch sowieso schon ich würde sagen wir beginnen jetzt mit dem Spiel und gleichzeitig auch mit dem Vlog weil sie sich nicht traut fange ich einfach aus ADHS an aber wir machen gleichzeitig auch aus ADHS Xing, 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 Xing was machst du da? sie macht so ja egal komm ich habe sowieso verloren das heißt ich fange an warum man ist schon aufgeregt alter wie peinlich Adi der Bundesglitzer Du musst zählen du Idiot du musst zählen mein Gott du musst zählen Marc sie hat es vergessen zu zählen aber Leute ne es hat mich Leute angeguckt sogar ihr war es peinlich zu zählen und die Kamera zu halten Sina du bist dran ne gleich pass einfach auf Der Bonus Glitzer Eins Zwei Drei Sina es ist so peinlich alle guck mich an guck die So peinlich bei Gott richtig peinlich man Ihr seht mal wieder shoppen am Start halt Sina warum bist du immer so jeden Tag Alter mit mir ist das wirklich so anstrengend zu shoppen an jeden Junge ne an jeden Junge der auch eine Freundin hat ne schreibt mir in die Kommentare wenn es bei euch auch so anstrengend ist und ob sie jeden Tag und die Leute sind einfach hinter Klamotten man Adi der Bundesglitzer Eins Zwei Drei Supergott nicht peinlich alter Alter das ist doch nicht mehr normal wie peinlich das ist alter Sina sind los Glitzer Eins Zwei Drei Zwei Extra schön Extra schön langsam machen Ali Der Boden ist Glitzer Ist das dein scheiße Eins Los Eins Zwei Drei Drei Das ist die peinlichste Aktion in meinem Leben mein Gott Bram ich kenn dich nicht Der Boden ist Glitzer Eins Zwei Drei 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 Hfür Kann ich ja nicht so langsam gezählen Alle kucken dich an ich glaube ich es richtig peinlich für dich aber ist egal weiter gehts Ali, der Boden ist glitzer. Zieh doch. Eins, zwei, drei. Ja, Junge, mach noch langsamer. Genau wie du hab ich gemacht. Der Boden ist glitzer. Oh, wie peinlich, ne? Eins, zwei, drei. Mein Geld. Ich würde sagen, wir geben jetzt mal eine ganz kurze Reaction ein. Wir haben schon so oft gemacht. Sina, peinlich, nicht peinlich? Peinlich. Das ist peinlichste, was es gibt. Das ist schlimmer als der Boden ist lava. Ja, der Boden ist lava ist doch noch gar nichts, Alter. Man muss sich einfach vor allem so auf den Boden knien oder legen. Und das ist einfach sehr, sehr peinlich. Aber wir ziehen es jetzt weiter durch. Und Sina, zeig mal, was du dir so gegönnt hast. Ich hab mir ein paar Hosen gekauft und ein Oberteil. Genau, und jetzt sind wir noch ein bisschen auf der Suche nach neuen Schuhe. Weil ich das letzte Mal geschoppt habe und heute ist sie dran. Du wolltest gerade irgendwas sagen. Ja, wenn ich keine schwillen Schuhe. Ja, geht, du. Air Force sind ausverkauft, das ist ausverkauft. Wolfsburg ist nicht so diese Shopstadt. Nur Diesel und so diese ganzen Wertmarken. Weißt du meine? So diese Wertladen. Ich würde sagen, wir suchen noch ein bisschen nach Schuhe. Und dann spielen wir weiter, ne? Arnie, der Boden ist glitzer. Los. Ey, Leute. Eins. Zwei. Ey, Junge, mach ein bisschen schneller. Ich hab alles richtig abfuckt. Drei. Ey, alle gucken mich an. Der Boden ist glitzer. Boah, der ist hingefallen. Eins. Zwei. Drei. Ich hab das noch feicher gemacht. Wir gönnt euch hier einmal Backfisch. Pommes sind auch am Start. Garni sind auch am Start. Sie ist gerade richtig sauer. Weil ihre Hose gerade gerissen ist. Beim runtergehen, das zeig ich gleich nochmal. Wie fühlst du dich so? Ja, hast du halt Pech gehabt, Mann. Spaß, Leute. Sie tut mir so leid. So abgefuckt. 2.000 Jahre später. Arnie? Was geht's? Der Boden ist glitzer. Ein Kot. Ja? Zehn Beine. Eins. Zwei. Drei. Schöne Tat noch, ne? Ich bin der Schleif des Lebens. Ja. Soll ich halten? Die Flos Glitter. Ja. Leute, einfach mit ins ZOB. Eins. Zwei. Drei. Komm, ich stehe auf. Abgefuckt. So Leute, auf jeden Fall so sieht ihre Hose aus. Einmal hier kaputt gegangen. Die sah mal so aus. So ganz zu. Eigentlich mag ich diese Hose nicht, deswegen verdient sie. Spaß, 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 Spaß. Alles ist gut. Arnie? Ich hab das Geräusch schon gehört. Warum machst du immer bei mir peilig? Zeflos Glitter. Ein. Zwei. Drei. Das war mir jetzt richtig unangenehm. Jetzt warte ab. Warte ab. So Leute, auf jeden Fall. Bei diesem Video gibt's leider keine Bestrafung, weil jeder hat einfach durchgezogen. Aber ich hatte immer die richtig peinlichen und von Leuten Kommentaren. Bei dir hat sich mal eine Person kommentiert nix, Mann. Ich würde sagen, das war's vom Video. Wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt, dann sprengt ihr die Daumen nach oben. Aber wo wir das in einer anderen Stadt machen. Heute waren wir in Wolfsburg. Wenn ihr das in Hannover, Braunschweig, so halt Frankfurt die ganze Stadt sehen wollt, dann sprengt ihr die Daumen nach oben. Und ob wir The Floors Lava in Ikea oder irgend so einen anderen Laden machen. Weißt du halt. Dann halt nur in Ikea oder sonst was. Nicht halt nur in der City oder irgendwo anders. Ich würde sagen, das war's vom Video. Sprengt ihr Daumen nach oben. Peace out. So Leute, auf jeden Fall. Ich muss noch mal einschalten, weil ihr müsst mir jetzt erstmal auf Snapchat, hier mein Name eingeblendet, und auf Instagram, hier mein Name eingeblendet, folgen. Weil es ist einfach sehr, sehr wichtig. Da poste ich einfach meinen kompletten Alltag und halt wann die ganzen Videos rauskommen. Deswegen folgen. Und der erste Link in der Bio, mein Match, wer das noch nicht vorbestellt hat, beziehungsweise bestellt hat, weil es ist schon lange online, seit ein, zwei Monaten. Jetzt bestellen und peace. Tschüss.